ist naruto 1986 hat sich willkommen zu mir und x6 part 13 und jetzt rein hier schnell den hem holen ja perfekt so aber ich finde man sowas machen kann dass man so ein ding wie dessen hier rüber tut schnell durch ja geschafft perfekt ohne problem bin durch ist das jetzt bin durch das was ich da meinte deswegen weil ich bin ja hier drauf kommt was ich gar nicht wollte ich wollte eigentlich hier drauf bevor ich hier so drauf kommen und das gleich aufs feuer zu wechseln und jetzt habe ich es geschafft hier wird ja und so ach endlich habe ich auch gesagt das hat auch gleich vom ersten anlauf geklappt vielleicht noch cool ja ich gehe noch raus nicht mehr Egal, passt. Wir kriegen was aber hin. Okay. Okay. Very good. er hat wieder hoch ist meine gute das Teil komm schneller durch jawoll das ist viel durchschnell dann machen wir gleich mal dann gucken wir gleich was wir hier zusammen haben aber müssen wir noch nicht fertig mit einem geholt und so was ach der wieder mein alles klar hm hm Okay. oh man meine fresse also erwischt das war Nein, ich würde immer dieses Theater mit den Gegnern regnen jetzt. Oh, das war dann. Ah, jetzt sind sie immer 13 gehabt. Aber jetzt bin ich wenigstens schon über 13 drüber. Darf ich jetzt 14? Dann sind sie wieder ein Park mehr hier. Weg. Oh ja, jetzt kann ich das auch irgendwie speichern. Hm, hm. Oh, raus hier. Jetzt habe ich eine Rüstung zusammen. Das ist nur die Frage, welche. Die andere holte ich auch noch. Natürlich. Hyper. Drive. Hackpad. Ah, ich glaube, ich weiß, dass ich nicht habe. Shadow Armor komplett. Das war der Shadow. Und. Jetzt das. Let's go. Wir haben den Shadow Armor komplett. Perfekt. Das heißt. Hier. Falcon. Zero. Shadow. Und dann X. Aber ich nehme ihn. Den Shadow. Ja. Endlich. Wir haben den Shadow. Perfekt. Wir haben den Shadow in sich. Und dann kann ich mich nicht höher hüpfen. Das ist schon mal gut. Und dann kann ich mich nicht höher hüpfen. Der Trophäer hat ein Shadow Armor. Okay. Das ist so cool, dass ich das kitte Naja, genau das ist das Gehle. Ähnlich haben wir unseren dritten Shadow Armour jetzt. Das heißt, wir können den... Da muss ich dann gucken, wo ich das andere noch herkriege. Och, Mann! Naja... Ah, ja! So... Oh, nein! Oh, nervt mich doch mal netzig! Okay! Oh, Mann! Oh, Mann! Ah, ja! Ja! Ich finde es blöd, dass ich nur hier oben festbappen kann, aber nicht weiterkommen, das ist blöd! Oh, Mann! Oh, Mann! Ach, ich meine gerade auch hier! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! da muss ich jetzt was anderes entfallen lassen okay energietan kam fast voll aber ich war es da mit shadow armor muss ich dann halt dann muss ich dann halt gucken wie wir den anderen frei kriegen so sieht uns noch eine einzige rüstung haben wir auch alles so so ein shadow armor haben wir die andere rüstung die holen uns auch noch aber wie kann das okay warte mal wo ist der Blass Super Retrober D-Buyer Barkingville B-Buyer Oh das hier habe ich keine Ahnung Da habe ich hier nach oben Nehmen wir das andere Wow Hüber Drive Ah Full Hüber Drive Es gibt nur noch die Hüte Weg Recover Ah Waffenrecover Okay Und das andere ist dann Werbung Hm da könnt ihr echt nicht schauen Die Waffenrecover Aber Und dann gibt es den Hyper Drive Ich weiß nicht was der Hyper Drive Genau was ich gesagt Ist Ich bin froh dass wir jetzt einen Schädel haben Ich bin froh dass wir den jetzt haben Und dann mache ich nochmal mit Falkum Hm Dann muss ich halt gucken wie ich den anderen kriege Irgendwann muss ich glaube ich noch einen geben Und dann muss man halt gucken wo Oh Okay Okay Weg 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 Ich kann mich nicht mehr aufnehmen, aber ich kann mich nicht mehr aufnehmen. So. Oh. So. 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 So, haupt. Hm. Okay. Mach ich jetzt da rein, aber das mache ich nicht. Zack, geht weiter. So.